Ich bin wieder draußen. Na, komm rein. Na, wie bist du denn beinahe? Der alte Schwung ist hin. Na komm, geh schon mal rein, ich hab drüben noch eine wichtige Besprechung. Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung, das Testprogramm wird gleich fortgesetzt. Mensch, wir wollen ideologisches Fanal und kein ausgewachsener Brand. Schlechtes Material. Warum muss denn gerade das Klo brennen? Na, ist doch klar. Das Kaufhaus ist der Umschlagplatz der heutigen Konsumgesellschaft. Das Kernstück des Kaufhauses ist das Klo, als letzte Zuflucht des spätkapitalistischen Menschen. Hier wird alles, was vorher gekauft und gefressen wird, sozusagen zum zweiten Mal umgeschlagen. So wird es das Klo eines Kaufhauses der zweifach potenzierte Exponent unserer heutigen kapitalistischen Konsumgesellschaft. Wir müssen generalstablässig vorgehen. Ja, aber ich, ich meine... Ja, komm, 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 komm. Das ist eben politisch. Schlechtes Material, entweder alles brennt oder nichts brennt. Wir müssen das abgrenzen. Heiße Probe heute Abend im Freien, mit Asbest. Was ist Asbest? Das besorge ich schon, in meiner Kohlenhandlung. Du komm doch mal einen Augenblick raus, ja? Wir müssen die ganze Kabine abgrenzen, mit Asbest, sonst fliegt uns das ganze Ding in die Luft. Lass sie doch machen, was sie wollen. Oh, lass das. Tag, Charlie. Tag, Renitens. Machen wir uns einen richtig gemütlichen Tag heute, was? Ja, das ist unmöglich. Zwei wichtige Termine. Du solltest auch ein bisschen mehr arbeiten. Wollen wir nicht erstmal kräftig frühstücken, dann haben wir nächstes gleich was Konstruktives getan. Ja, ich mach was. Die machen wirklich ernst. Ja, ja. Ja, die zünden das Kaufhaus wirklich an. Ja, ja, ja. Ideologisches Fanal. Geil, ein bisschen Apoesie. Politisches Fanal. Pizza aktuell. Protest, Mensch, Junge, Protest. Und für Protestwahl. Also heute Abend ist heiße Probe. Bist du nun dabei? Für zu viel Action. Na, jetzt komm, jetzt essen wir erstmal was. Sehr propfender Apfel. Sowieso alles aus. Sag mal, hast du nicht das Gefühl, wenn du mit dem Messer schneidest, aber nur das Messer sauber schabst am Brot? Ach, komm, komm. Landbrot? Ja, Landbrot. Ziemlich kräftig, was? Na, es gibt Substanz. Warum habt ihr kein Vollkornbrot? Das ist noch kräftiger. Weil dieses Brot auch schon ganz gut ist. Stimmt. Man kann die Krümel so richtig in die Tischritzen reinreiben. Mach doch keine Sau rein hier. Du bist doch nicht im Bollionkeller. Dass ihr so ein kräftiges Brot auf so einem versauten Tisch serviert. Was ist das denn gegen unseren Tisch? Ziemlich abgeschabt. Na, komm, lass uns den Tisch in Ruhe. Können wir doch nicht dran schreiben. Füße auch schon ziemlich großporig. Verfallserscheinungen. Halt doch auf, du hast doch noch nie in deinem Leben einen eigenen Tisch besessen. Nehm ich mir mal eine. Na, komm, lass doch das. Zu sehen, ob die auch gut geschnitten sind. Mach ich nachher nicht so einen gierigen Eindruck. Otto, Loks, Frühstück. Na, Charlie? Schon wieder glücklich etabliert, weißt? Ja, ja. Hast du heute Abend was vor? Nee. Wir brauchen auch Mitarbeit, rein körperlich. Wir wollen ja nicht zu viel verlangen. Bin beschäftigt. Womit denn? Erste Hälfte des Tages lang liegen, zweite Hälfte daran denke ich, ich lang gelegen habe. Arrivierter Gammler. Na, da ist was dran. Berufspenner. Pseudosoph. Wollt ihr zwei nichts essen? Holzofenbrot. Sag mal, ein Badezimmer von innen hast du aber noch nie gesehen, weißt? Blähboy. Komm, ist nicht so viel, du musst noch das Best beschaffen. Ja. Und Benzin? Zinschnur? Eierkohl. Und eine Kiste schwarzer Kracher. Ja. Heute Abend, 8 Uhr, Haltestelle, Forstenrieder Park und alle pünktlich bitte. Wir brauchen noch einen Schlepper. Während du bei uns wohnst, musst du dich sowieso ein bisschen nützlich machen. Für so einen Welken Wurstsalat und der Schinken changiert auch schon. Rot essen? Viel zu anstrengend. Willst du dich einen Käse rot essen? Nein, sieh du da schon ganz gern los, wie kommt man da ran? Du brauchst dich ja bloß vorzubeugen. Viel zu viel Action. Du isst jetzt, was auf dem Tisch ist. Warum fasst du alles mit der linken Hand an, sag mal? Hab vorher jemanden begrüßt. Dann wasche doch mal die Hände. Völlig sinnlos. Mit dir ist nichts mehr los, Charles. Weiß selbst, der alte Schwung ist hin. Früher wärst du für alles auf die Barrikaden gegangen. Früher, ja. Heute. Protest, Junge, Protest. Weiß ich. Du legst an allem vorbei. Weiß ich, weiß ich. Na, du tust bloß immer so, als ob du etwas tätest. Weiß ich, weiß ich. Verdammt, meine Termine. Ich muss jetzt hier hin und du kommst mit. Na komm, zieh dich an. Jetzt schon? Ich denke, wir wollten uns so richtig gemütlich ins Dach machen heute. Zieh eine anständige Jacke an. Wieso? Muss ich irgendwann doch wieder ausziehen. Mensch, du brauchst neue Klamotten. Ich weiß gar nicht, ob ich dich da so mit hinnehmen kann. Oh, wo ist so eine tüchtige Luft draußen? Föllen. Du kommst schon. Was ist denn los mit dir? Benommenheit nach schwerem Essen. Bis zum nächsten Mal.